Wir sehen in der Öko-Regierung Kleindorf, dass das Interesse für Nachhaltigkeit immer größer wird und wir sehen das auch daran, dass da irrsinnig viele Gruppen aus ganz Österreich, aus ganz Europa zu uns kommen und das Spannende an der Veranstaltung, an der Messe am 14. September in Salzburg ist, dass nicht nur wir als jene, die Lösungen aufzeigen, vor Ort sind, sondern 20 andere Vorzeigeregionen und Institutionen und das ist das besondere Mehrwert, das bekommt man nirgends in Österreich auf einem Ort unter einem Dach geliefert.